Selten. Auf Zoom unterwegs. Verstanden drücken, gell. So, willkommen zu einem schönen Nachmittag. Wir freuen uns auf den Vortrag von Ernst Tradinik über inklusive Medienpädagogik. Bitte. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Ernst Tradinik und ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen mit Lernbehinderung und oder psychischer Erkrankung in Wien. Ich bin Betreuer einerseits. Ich habe zum Beispiel zehn Jahre in der ersten Psychiatrie-Ausgliederungs-Wohngemeinschaft in Wien gearbeitet, wo wir eigentlich vor allem mit recht großen Verhaltensauffälligkeiten gearbeitet haben. Beziehungsweise im Grunde einfach mit hoch traumatisierten Personen. Parallel dazu habe ich aber immer mit Video und Radio gearbeitet und habe ja... So, ich probiere das jetzt einmal. Bildschirm freigeben und habe Publizistik studiert. Ich habe immer Radio gemacht. Genau. Jetzt versuche ich gerade den Folder... Ja, jetzt sieht man es. Genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Na genau, Studium. immer Arbeit mit Menschen und mit Medien und vor allem mit Menschen mit Lernbehinderung und oder psychischer Erkrankung. Durch diese Jahre aus der Praxis habe ich begonnen, mich... Also unabhängig davon, was mich interessiert und jemand auf dem Fernsehen machen. Irgendwie kam es immer mehr in die Richtung, wo man vergisst, wer vor der Kamera steht. Also welche Person jetzt moderiert. Aktuell machen wir jetzt gerade Kino-Gespräche. Das ist eine Kooperation mit dem ältesten Kino in Wien, das Breitenseer-Lichtspiele-Kino, wo jetzt die Nichte übernommen hat, nachdem es ihr Tante viele Jahre weitergeführt hat. Und wir nehmen da Kulturgespräche auf, so nennen wir das, wo vor allem Regisseurinnen oder Regisseure, Schauspielerinnen, aber auch Filmvorführerinnen oder sowas zu Wort kommen. Kann aber im Grunde auch was anderes, ein anderes Thema da sein. Da geht es dann eigentlich echt nur darum, altes Kino, Filmkultur und dass man vergisst, wer da eigentlich moderiert. Da auf dem Foto sieht man, auf der linken Seite, rechten Seite, also die zwei Personen, ist die Holly Hurtig, eine junge Frau mit Trisomie 21, die halt schon, die einfach gerne Fragen stellt oder das lernt. Also die, die neu da sind, die lernen das erst oder man traut sich dann einfach erst Fragen stellen und der Rudi daneben, der Rudolf Kurzberger, ist jemand, der für mittlerweile relativ groß große Kinofilme, das Sounddesign macht. Genau. Da sieht man so einen Blick hinein in das Kino, in den Kinosaal. Diese Sendungen, die nehmen wir seit letztem Jahr auf. Ich selber habe das irgendwann einmal so zu unterrichten begonnen und mir überlegt, wie kann man das nutzen? Darum gibt es da oben diesen etwas sperrigen Satz, eine Definition, was inklusive Medienarbeit aus meiner Sicht ist. Und im Grunde ist es die elektronische, Radio, Video und ähnliches, Medienarbeit von und mit Menschen mit Lernbehinderung und oder psychische Erkrankung. Diese relativ lange und oder psychische Erkrankung ist im Grunde relativ banal, weil sie es echt oft mischt, wie bei allen Menschen, wie auch bei mir, weil man dann oft gar nicht weiß, wo gehört und was hin jetzt. Ein Brillenträger, der vielleicht auch neurotisch ist. Und mit oder ohne Begleitung, Unterstützung von Expertinnen aus den sozialpädagogischen, kommunikationswissenschaftlichen und ähnlichen Bereichen. Das mit oder ohne Begleitung ist ganz wichtig, weil in Wahrheit ist man ja eigentlich nicht mehr nötig. Im besten Fall, weil ja durch diese rasante Entwicklung alles, was mit Film und Medien zu tun hat, kann es ja schon mit dem Handy machen. Und zwar natürlich Menschen mit Lernbehinderungen auch da nachdringen und uns selber produzieren wollen. Und durch das Internet oder durch freie Medien ist es relativ einfach, da selber was zu produzieren. Und manche machen das ja auch. Und die Plattformen, die ich gar nicht so gut kenne wie TikTok und was weiß ich, was da alles gibt, da kursiert anscheinend bei eh schon so einiges herum. Wir sind eher, wir versuchen so eher so ein bisschen journalistisch zu arbeiten. Und dadurch, durch diese Arbeit gibt es, ist es so ein bisschen ein Üben, also journalistische Grundfertigkeiten werden da erprobt und eigentlich umgesetzt. Und der Marcel, den man da nur ganz klein sieht oder danach im Video, ist jemand, der ist schon seit 2014 dabei, ein junger Mann im Rollstuhl, der aber wirklich schon lang den Berufswunsch Moderator und Kabarettist hat. Der spielt auch Theater in Wien beim Theater Delfin. Der hat da schon relativ viel gelernt. Also wenn man mit dem unterwegs ist, zum Beispiel beim Diversity Ball, so eine Reportage dort machen, weiß der schon genau, ich muss auf den Kameramann oder Kameravrau warten oder der, der die Technik hat, die Regie inne hat, wie es da okay gibt, zum Beispiel. Genau, ich mache das jetzt zu und probiere, genau, stoppen, ein Video zu starten. Genau. Ich wollte zunächst, das mache ich noch mal zu, zunächst nämlich einen kurzen Trailer oder zwei kurze Trailer, wo man den Marcel sieht und hört. So, okay. Herausforderung für ältere Leute wie mich. Kinotrailer, da ist er jetzt. Also, sieht man und hört man. Man sieht schwarz, ja, es geht. Einige Witze oder nicht? Oh nein. Ich bin so schlecht mit Witzen. Ich bin ganz schlecht. Okay. Ich bin Schauspielerin und kann man einen Witz sehr gut merken, wenn er mir erzählt wird. Ja. Und dann für fünf Minuten und dann ist er weg. Aha. Aber vielleicht hast du einen guten Witz, den ich immer merken kann. Zumindest den nächsten Witz. Ja, genau. Bitte. Natürlich. Bitte erzähl. Tja, das möchtet ihr nun natürlich wissen. Und das geht ganz leicht. Mit dem nächsten Kinogespräch. Hier in diesem Kino und auf Oktober. Das ist die Schick-Lief-Hänger, ne? Ja, genau. Also das ist online zu finden, wenn man dann nachhören und nachschauen will. Die dauern so zwischen 25 und 27 Minuten. Eins gab es jetzt mit 19 Minuten. Also da sieht man dann den Unterschied, aber selten noch, wie so junge Moderatorin, die halt dann noch sehr vom Zettel abliest und da sieht man dann nur die Schwierigkeiten, wenn er Frage stellt und es antwortet jemand relativ kurz, dass man da halt dann einfach nachhakt und nachhakt. Genau. Und sind diese Videos dann in, darf man die dann in der Schule verwenden für den Unterricht? Sind die da lizenztechnisch, ist das gedeckt? Ja, ich muss aber gestehen, ich habe mich schon mal noch kurz damit beschäftigt, aber grundsätzlich ja. Wir haben eine Kooperation mit einer Grafischen, wo Schülerinnen kommen sollen und gerade was um Sounddesign und solche Dinge geht, die schauen sich das dann an. Okay, weil ja unser heutiges Überthema sozusagen OER, Open Educational Resources ist und da passt das dann auch gut dazu natürlich, wenn man das im Unterricht verwenden will. Ja, aber sagen wir noch, was gibt es da für Kriterien, aber grundsätzlich ist es auf YouTube und in der Optothek zu sehen? Im Prinzip, ja, wenn es auf YouTube ist, tritt man ja mehr oder weniger die Rechte, ob, dass man es für vieles verwenden darf. Okay, ja, dann, ich denke, die genauen Kriterien, damit bin ich jetzt selbst, hast mir nicht an falschen Fuss. Okay, aber wenn, oder umgekehrt gefragt, wenn ihr in der Schule YouTube Videos zeigen dürft oder könnt, dann geht das natürlich zumindest von dort oder von der Optothek, das ist im Grunde die Online-Plattform. Ich würde das dann von dort nehmen. Ja, okay, dann empfehle ich mir die Optothek, wenn man in die Suchmaschine eingibt, Opto und naja, genau, dann kommt man zu dieser Sende-Plattform und da kann man scrollen und findet die Sendungen. genau. Genau, an dieser Stelle würde ich jetzt fragen, ob jemand was wissen will. In die folgende Sendung würde ich noch kurz gerne hineinschreiben, euch das zeigen. Die ist dann, das ist dann eine fertige Sendung mit dem Rudi Gottsberger, wo es vor allem um Sound-Design geht. Die Holly ein wenig versierter ist schon als die Flora, aber noch vom Zettel abliest, wobei wir das ja nicht live aufnehmen und wir dann danach zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, da könnte der Gast noch mehr zählen, dann danach noch Fragen aufnehmen. Genau. Sollen wir da fünf Minuten hineinschauen? Gerne. So, okay. Ich weiß nicht, gibt es im Auditorium noch Fragen, Anregungen? Okay. Okay, starte es jetzt mal. Herzlich willkommen bei naja genau der intelligenten, humorvollen TV-Sendung. Heute zu Gast Rudolf Kurzberger, Sound-Designer und Medienschaffender. Herzlich willkommen bei Medienschaffender. Ja, genau. Wie alt sind Sie und wo kommen Sie her? Ich bin 45 Jahre alt und ich bin in Brasilien geboren, meine Eltern sind Österreicher und wir sind irgendwann von Brasilien nach Deutschland übersiedelt und ich bin dann bei 1996 bin ich nach Wien gekommen und seitdem bin ich in Wien. Was machen Sie für einen Beruf? Ich bin Medienschaffender, Filmemacher, aber auch vor allem Sounddesigner und arbeite für Kino, Spielfilme und Dokumentarfilme. Also ich mache die gesamte Postproduktion im Tonbereich. Was muss man dafür können? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss sich auf jeden Fall für Ton und Sound interessieren. Gute Voraussetzungen sind auch Menschen, die vielleicht Musik machen und ein gutes Gehör haben. Man muss sich technisch im Bereich Ton auskennen. Man muss ein bisschen Software können, also man muss bestimmte Programme bedienen können. Und ich glaube, was sehr wichtig auch ist bei diesen Projekten in Österreich vor allem, dass man als Sounddesigner auch verantwortlich ist für den gesamten Ton des Films in seiner sozusagen finalen Fassung. Also man muss auch irgendwie organisieren können, also ein bisschen managen vielleicht. Sie haben eine eigene Firma. Was verbietet die Verführer an? Ich bin Geschäftsführer einer Filmproduktion. Wir sind spezialisiert auf Postproduktion im Video und im Audio Bereich. Also wir machen alles, was sozusagen nach dem Dreh passiert. Postproduktion heißt das danach, also wenn die Dreharbeiten fertig sind und der Film schon am Computer. Das heißt zum Beispiel die Farben korrigieren und angleichen, natürlich das Sound Design oder auch einen Sprecher, eine Sprecherin organisieren und aufnehmen und dazu mischen. Ja, okay. Also so in etwa läuft unsere Sendung ab und je nachdem wie viel gesprochen wird dazwischen, dann lauter ich dann manchmal noch dazu. Genau. Es gibt nach wie vor leider Work in Progress eine Webseite, die man installiert hat mit www.inklusive-medienarbeit.at wo gesammelt wird, welche inklusiven Medienproduktionen gibt es in Österreich. In Oberösterreich zum Beispiel gab es ja da einiges und gibt es noch beim Radio VRO und dort war auch der große Start. So meine bisherigen Recherchen wie zum Beispiel am Anfang war der Schleifstuhl eine vierteilige humorige Filmserie von der Neandertalzeit bis ins damalige Heute. Also die haben das 1995 gemacht. Ich glaube im Rahmen vom Verein Assist ist und da findet man mittlerweile jetzt einen Trailer zumindest zu dieser Sendereihe aber ich und Studierende der Sozialpädagogik jetzt zurzeit E.V. St. Pölten aber auch Kommunikationswissenschaften Wien beschäftigen sich jetzt vermehrt mit inklusiver Medienarbeit und wir versuchen dann diese Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten dort zu verlinken so sukzessive da das wirklich so ein reines Eigeninitiative ist oder ich bin einfach zu blöd oder zu faul mir Leute zu suchen die das finanzieren mache ich das selber so mit Hilfe von Leuten die sie im Webdesign auskennen genau aber da findet man so ein bisschen die Überlegungen zu dieser Grundfrage was kann inklusive Medienarbeit leisten eine der spannenden Fragen oder oder in der Praxis diese Folge die man hat unabhängig davon dass es ein fertiges Produkt gibt und man Menschen mit Lernbehinderung oder psychischer Erkrankung vielleicht mal anders wahrnimmt und möglicherweise Vorurteile oder Ängste oder Sorgen abbaut bin ich draufgekommen dass Leute gerade beim Radio machen auch dass die dann mehr vermehrt ins Plaudern kommen also stillere Personen oder Personen die dachten sie interessieren sie für wenig oder die beginnen da irgendwie zu plaudern wenn man sie ein bisschen fordert oder wenn sie ihr Thema finden oder ihren Humor mit Humor kann man auch recht viel machen genau das findet man dort und auch einen Artikel von Menschen mit Beeinträchtigungen Medien berufen weil die Vision ja schon dies auch da dass man sagt eigentlich soll es viel mehr Arbeitsplätze geben für diese Personen Gruppe egal ob im ersten Sektor also am ersten Arbeitsmarkt oder am zweiten Arbeitsmarkt oder eben in künstlerischen Projekten oder so genau da kann man ein bisschen stöbern oder eben bei Fragen kann man mir übrigens gerne anschreiben und das habe ich jetzt hier nicht aber meine Webseite ist die auch bald fertig sein wird menschenundmedien.at und so ist dann auch meine Mailadresse da unten da unten habe ich diese ernst.radenig menschenundmedien.at oder Motuchen eines der wichtigsten Dinge ist eigentlich weil ich hier bei Lehrerinnen und Lehrer bin die wahrscheinlich eh einen offenen Blick haben aber aus dem Betreuungsbereich habe ich bis vor einiger Zeit noch kennengelernt dass dieser Blick nicht unbedingt immer sehr weit ist dass man vielleicht nicht immer drauf schaut dass es dann echter Begabung gibt oder Wunsch und so eigene Barriere im Kopf dass man sich nicht denken traut dass jemand Radio oder Video oder Ähnliches machen kann auch wenn er zum Beispiel wie hat man wieder so Online Tagung inklusive Medienarbeit veranstaltet von commit in Kooperation mit BIF das ist so integrative Fortbildungs Institut und Menschen und Medien also quasi mir und meinen Kolleginnen und Kollegen die ist zweimal zwei Stunden und wenn man so will relativ niederschwellig weil zumindest letztes Jahr hat es geklappt relativ viele Personen erzählen von ihren Sendungen österreichweit und aus Deutschland war jemand dabei wenn es wieder so klappt wollen wir das wieder so ablaufen lassen die dann selber erzählen warum sie Radio machen oder wie es ihnen geht beim Radio machen oder was brauche ich denn für ein Mikrofon oder so oder wie komme ich zu meinen Themen oder wie gut werde ich unterstützt oder was brauche ich in unserer Unterstützung um selber Ersendung zu machen oder ein Podcast wie funktioniert denn das und solche Dinge und eher so aus der Praxis heraus und wir versuchen dann zu schauen was dann die anderen wollen oder brauchen ja genau da steht irgendwas im Chat danke für die Rückmeldung und ja vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen danke für den Vortrag vor allem diese diese Themen sind ja gerade in der Jugend sehr gut verankert heutzutage es gibt viele Schülerinnen und Schüler die einen eigenen YouTube Channel oder dergleichen ausprobieren und da braucht man auch dieses ganze Wissen um diese Medientechnik ja gibt es noch Fragen dann beende ich einmal die Aufzeichnung